Ja, heute haben wir das schöne Thema, cool bleiben in Dating und Beziehung. Haben wir mal zwei Mails. Gibt weiter diesen Ostercode Corona. Ich habe mir einfach mal drei Kurse ausgesucht zum Schmökern, wo der gilt. Das ist Modul 1, viele Leute, die so anfangen und die schon länger dabei sind. Modul X, diesen Pro-Kurs und den Kurs Spiritualität und ein ganz geiles Leben. Außerdem gibt es da weiter den Park-Kurs. Ganz neu und in die Selbstliebe-Challenge könnte man auch so gerade heute noch einsteigen, so über Ostern. Gut, zwei E-Mails heute. Die eine von einem Mann, Roglolov. Lieber Christian, vor allem mal vielen Dank für deine Videos. Die haben mich sehr inspiriert. Ich bin in diesem Jahr 50 geworden. Das beste Jahrzehnt des meines, kann ich dir mal sagen. Enjoy. Und habe mich nach einer 27-jährigen Ehe Mitte vergangenen Jahres von meiner Frau getrennt. Nach all deinen Videos habe ich den Eindruck, in einer toxischen Beziehung gewesen zu sein, worin ich vermutlich der Pluswohl war. Also nach 27 Jahren Ehe darfst du dich natürlich erstmal überhaupt orientieren auf dem wunderschönen Dating-Markt, den es hier heutzutage gibt. Also da, das waren ja noch die guten 80er vermute ich mal hier so. Oder 90er, keine Ahnung. So, Scheidung steht noch aus. Wir haben ein paar Kinder. So, ich laufe sehr gerne und habe letzten Endes Jahr eine junge Frau in den 30-Jahren bei einer Laufvereinstellung kennengelernt. Ja, aber super. Also Date ist schon außerhalb der Apps. Sehr gut. Ich schreibe sie dann über Facebook an und schlucke ja gemeinsame Lauftreffs vor. Gut. Kann man alles so machen. Das Problem ist nur, du willst ja eigentlich daten irgendwie. Und ich, was ich immer empfehle, ist nicht unter dem Radar zu segeln. Also sicherlich kannst du sagen, lass uns mal gemeinsam laufen. Aber ich würde dann auch relativ schnell sagen, hast du mal Lust, dass wir zusammen essen gehen oder so. Ich empfehle immer nicht unter dem Radar zu segeln. Aus verschiedenen Gründen. Da sie in einer anderen Stadt wohnt und nicht circa 40 Kilometer außerhalb, schlucke ich vor, dass ich da motorisiert hinkomme und wir uns da an einem See zum gemeinsamen Lauftreffen. Das klappte gut und wir eindichten uns auf ein weiteres Treffen. Sie erzählte mir, sie hätte momentan keinen Job und sei daher sehr flexibel. Pass immer auf, dass du nicht so, dass du nicht in so einer Sugar Daddy Sache kommst. Das ist wirklich kein Job. Das ist viel junger als du. So, da gibt es Frauen, die sowas machen. Männer auch. So. Kenn ich auch teilweise. So. Das schon bei der zweiten Terminfindung schien es offenbar schwierig zu sein, einen passenden Zeitpunkt zu finden. Ah, jetzt wird sie gleich flaky, wie die Engländer sagen. Ähm, ja, jetzt geht es halt darum, cool zu bleiben, ne? Noch dazu telefonierte sie nicht gern und war für persönliche Absprachen nicht erreichbar. Ja gut, da hätte ich schon keinen Bock drauf jetzt, aber okay. Ich fühlte es für gut, nicht weiter zu drängen. Jetzt bist du so nice guy wieder und das Thema kennst du bestimmt aus deiner Vorbeziehung. Und ich schlucke ihr vor, einfach Bescheid zu geben, wenn es bei ihr passt. So kam es dann auch unter einigem hin und her zu einem zweiten und dritten Treffen, bei dem ich auch einiges von ihr erfuhr, bla 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 bla. Das ist so sehr sportliche Frau scheinbar. Beim vierten Treffen verrät sie mir dann ihre Adresse. Also wie du schon schreibst, ich will jetzt nicht sagen unterwürfig, aber das kann man jetzt nicht sagen, aber es ist, lass mal ein bisschen mehr James Bond raushängen irgendwie, ne? Ähm, verrät sie mir ihre Adresse, sodass ich sie dann von zu Hause abholen konnte. Im Anschluss des gemeinsamen Laufes bat sie mich auf einen Kaffee. Zu ihr in die Wohnung. Also spätestens da musste sie küssen, ne? Aber wie gesagt, sie hätte auch schon längst ein normales Date gemacht, ne? Als wir dann auf der Couch schon abeinander saßen, sagte ich ihr, dass ich unsere Treffen sehr genieße und ihr Interesse hätte sie näher kennenzulernen. Küss sie doch einfach. Mann. Da wiegelt sie fast beschämt ab und sagt ihr, dass sie mit Komplimenten, so hatte sie es verstanden, überhaupt nicht umgehen kann. Ja, das macht mir ein schlechtes Bauchgefühl, die Aussage, weil ich glaube, dass sie ganz genau weiß, was sie tut und macht, aber das ist nur mein Gefühl. Sie vermittelt mich so, dass sich eine weitere Annäherung für erst nicht angebracht hielt. Ja, also eins der größten Red Flags beim Dating ist, wenn es nicht einheitlich, also wenn es Verwirrung gibt. Das ist immer kein gutes Zeichen. Aber auch da hilft cool sein, da kannst du sagen, ach, whatever, was passiert, was passiert. Ja. Ich mache dir also den Vorschlag, damit es leichter ist, für zukünftige Treffen einen festen Termin zu vereinbaren. Also Leute, es gibt, der Mann hat nur eine Rolle und das ist Dates Vereinbarung. Date, 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 Date. Nicht so ein Kram. Keine Lauftreffs auch nicht, wäre mein Vorschlag und versuche sie ja nicht alles recht zu machen. Wenn sie irgendwie nicht weiß, was sie will, dann weiß sie nicht, was sie will und du bist der Mann und das Leben geht weiter irgendwie. So, dann habt ihr euch auf den Tag geeinigt. Einen Tag zuvor, also am Dienstag, kam eine Nachricht von ihr, sie hätte in der vergangenen Nacht nur drei Stunden geschlafen und wenn die kommenden Nacht wieder so wird, dann wäre sie Mittwoch raus. Das, ja, also jetzt wird sie wieder so. Also wenn Frauen so unsicher reagieren, dann liegt es auch, also es liegt oft auch, dass die Frau eben so ist, aber auch daran, dass der Mann nicht so richtig aus der Polarität agiert, so. So, du kamst dir dann so ein bisschen verarscht vor Bauchgefühl. Ja, verarscht ist es jetzt nicht, aber dein Bauchgefühl meldet sich zurecht, denke ich. Und ich habe dann den Kontakt abgebrochen. Auch das ist jetzt wieder so gekränkt von deiner Seite. Also mach einfach Dates und wenn sie nicht kommt, dann sagst du, dann probierst du in zwei Wochen nochmal und wenn es dann wieder nicht klappt, dann sagst du so, jetzt musst du dich melden und dann machst du nichts mehr. So würde ich das handhaben, ne. Äh, bla bla bla. Ja, so, dann hat sie sich wieder gemeldet und dann, ja, schwierige Phase. So. Dann bot sie wieder ein Treffen an. Also du musst sie echt mehr daten. Darauf erinnert es hier. Meine Nachricht bekräftigt hier meine Absicht. Ähm, das finde ich jetzt richtig gut und zwar die Absicht, dass du sagst, dass du, du hast ihr gesagt, dass du auch an mehr interessiert bist als eine Lauf. Und das finde ich jetzt gut. Also jetzt, ähm, kommst du unter dem Radar her. Also du hast ihr gesagt, dass du sie gerne näher kennenlernen wolltest. Und, äh, was auch überlaufen hinausgeht. Das finde ich jetzt gut. Hm. Wobei, das kriegst du besser raus, wenn du sie einfach küsst irgendwie. Aber, egal. Aber das finde ich jetzt richtig gut. Das hast du richtig gemacht. Äh, und du siehst auch den Erfolg jetzt so. Äh, und dann sagte sie, sie würde das gerne mit einem persönlichen Gespräch. Und ein Glas Wein bei mir besprechen. Jetzt muss sie das Date machen, ne? Das hättest du schon längst machen können, so, ne? Ich lief mich auf ein Treffen ein. Ich begrüßte sie mit einem Kuss. Auch gut. Äh, den sie ohne Widerung annahm. Ja, sie ist schon sehr hin und her. Wir liefen unsere Runde nach der Dusche. Bei ihr kamen wir uns körperlich näher. Ui. Aber guck mal, jetzt siehst du den Erfolg davon, ne? Gut, dann ging es ein bisschen weiter. Äh, und dann hast du das Gefühl, dass sie trotzdem so kühl war. Ja, offensichtlich, äh, also du redest insgesamt zu viel, ne? Es wurde ein schöner Abend. Wir unterhielten uns. Ich beantwortete meine Frage nach mehr mit der Antwort. Wir müssen uns ja erst mal kennenlernen. Ja, hier übst du so ein bisschen Druck aus, anstatt dass du die Frau einfach auf dich zukommen lässt, so, ne? Ähm. Lest mein Buch. Steht alles drin. Irgendwann, als sie spät war und wir auch langsam müde wurden, einigten wir uns darauf, gemeinsam zu übernachten. Und sie stellte dabei klar, dass etwas Besonderes für sie wäre. Ja, da habe ich also meine Zweifel. Aber gut. Und eine große Ehre für mich. Als wir dann schlafen gingen, bemerkte ich, dass sie vollständig bekleidet war. Das ist jetzt wieder inkonsistentes Datingverhalten. Also, wenn es nicht wieder irgendwelche schreiben, ist es völlig normal. Ähm. Aber, ja, also natürlich ist das alles normal. Aber ist halt inkonsistentes Verhalten, ne? Mit Sportleggings, Landessport, Oberteil und sogar Socken. Oh Gott. Ich hätte auch sowas keinen Bock mehr. Ich bin für alt zu alt. Äh. Gut. So, jetzt gehen das wieder so weiter. Und wieder so ein bisschen unklar. Da hast du geschrieben, alles klar, kein Problem. Sag Bescheid, wenn es dir passt. Ja, das finde ich auch ganz gut. Ähm. Dann ist es scheinbar wieder so ein bisschen auseinandergelaufen wegen Corona. Okay. So, und dann hast du es irgendwann frustriert beendet. Macht es Sinn, den Kontakt, die Verbindung aufrecht zu erreichen. Also, ich finde so eine Sache gut zum Üben, sozusagen. Du magst sie ja auch. Nur, du konzentrierst dich viel zu sehr auf Beziehungen, hier meiner Ansicht nach. Anstatt, dass du die Dinge sich einfach entwickeln lässt. Dass du einfach, steht alles in meinem Buch. Ein Date nach dem anderen machst. Sie dann kommen lässt. Äh. Dann guckst, wie weit du kommst auf ein Date. Äh. Dann, wenn sie sich nicht meldet, dann lebst du dein nice, geiles Leben wieder. Dann meldet sie sich wieder. Dann machst du wieder ein Date. Dann guckst du wieder, du warte, kommst so lange, wie du Bock drauf hast. Und dann musst du sie weder zerren, noch musst du frustriert Kontakt abbrechen. Und, also, das ist jetzt, glaube ich, nicht die Frau, mit der du alt wirst. Aber, ja, vielleicht hättest du schon eine Zeit haben können. Und kannst du, glaube ich, eine Menge dran lernen. So, und da hatten wir, glaube ich, noch eine zweite Mail, glaube ich, eine ganz kurze. Also, wenn ich die jetzt überhaupt finde. Sonst belassen wir es bei der einen. Ach, da, genau. Von einer Frau. Natichowski da. Hallo, Christian. Ich möchte gerne etwas zu meiner Beziehung fragen. Ich bin vor kurzem auf dich gestoßen und wollte überprüfen, ob ich in einer toxischen Beziehung war, bin. Äh, ich war zwei Jahre mit einem Mann zusammen. Wir hatten viele Ups und Downs. Und ging es psychisch aber auch nicht so gut. Emotionale Ausbrüche auf beiden Seiten. Ja, das ist, das ist auf jeden Fall toxisch. Vor Weihnachten habe ich ja herausgefunden, dass er sich in einem Datingportal angemeldet hat. Und auch eins von den Übleren. Ich sage jetzt mal nicht welches, aber ich meine, das wäre auf Seitensprung spezialisiert. Aber ich habe keine Ahnung. Aber, äh. Gut. Ja, ich glaube, ja. Ähm. Und auf eine Zeitungskontakt reagiert hat. Aber ich war schon in einer kommentierten Beziehung, ne? Äh, er sagt, es hätte keine Bedeutung. So einfach zufällig sind meine Hände auf die Tastatur und haben aus magischen Gründen diese Seite angewählt. Aber das hat überhaupt keine Bedeutung, weil ich, ähm, was war es schon für eine Bedeutung haben? Ähm, also das ist natürlich, das kann ja mal passieren. Das ist genauso wie man eine Tüte Milch kauft oder so. Landet man plötzlich auf so einer Datingseite. Äh, so. Ich habe mich sofort getrennt. Ja, sehr gut. Das ist cool geblieben. Jetzt passiert es mir, dass ich nicht loslassen möchte. Immer wieder meldet er sich bei mir. Ja, das machen die ja immer. Und ich komme auch nicht so richtig los, weil du nicht los willst. In einem Teil weiß ich, dass es nicht stimmt. Oh. Äh, nur ein weiteres Signal war nicht zu genügen. Natürlich genügst du. Du hast, äh, also du hast ja einen Teil an dieser toxischen Beziehung. Da darfst du jetzt gucken, was da bei dir gematcht hat. Und ansonsten ist er wie er ist. Du hast ihn nicht so gemacht. Also. Nur was passiert bei mir? Ja, nett, Mann. Liebesucht. Es ist so ein Druck. Und dann bin ich wieder so traurig. Ich bekomme nicht, was ich von ihm will. Ja, aber du bekommst eine schöne Achterbahn. Hast du bekommen. Vielleicht wolltest du das ja auch. Unter anderem. Aber jetzt vielleicht nicht mehr. Er sagt, er liebt mich. Aber ich fühle es nicht. Ja, hör auf dein Bauchgefühl. Bleib cool. Er sagt, er kann nicht verstehen, wenn ich ihn liebe, warum ich ihn aufgebe. Ja, weil er sich auf einer fucking Datingportal angemeldet hat. Hat er mich aufgegeben? Nee, er hat sich versucht, in den Dreikant zu ziehen. Was kann ich für mich tun? Ja, Modul 0, Modul 1. Welche Fragen soll ich mir stellen? Was matcht in dir mit diesem Mann? So, in diesem Sinne. Schon mal schönen K-Samstag. Und wir werden uns bald wieder hören. Sehen. Und wir werden uns bald wieder hören. Und wir werden uns bald wieder hören. Und wir werden uns bald wieder hören.